Alle Religionen haben prinzipiell das Ziel, den Menschen Wege anzubieten, die ihnen helfen, besser, vollkommener und schöpferischer zu werden. Während in bestimmten Religionen hauptsächlich das Rezitieren von Gebeten oder die Buße im Vordergrund steht, liegt im Buddhismus die wesentliche Übung darin, den Geist zu transformieren und zu entwickeln. Wir sprachen davon, dass das Hauptziel der Übung des Dharma ein Training des Geistes sei. Auf welche Weise tun wir das? Denken Sie an die Augenblicke, in denen Sie dermaßen wütend auf eine Person waren, dass Sie alles getan hätten, um ihn oder sie zu verletzen. Als ein guter Praktizierender des Dharma ist es notwendig, dass Sie den entsprechenden Fall auf rationale Weise analysieren. Sie müssen über die zahlreichen Fehler der Wut nachdenken, sowie über die positiven Folgen, die ein entwickeltes Mitgefühl haben kann. Sie können auch mit dem Gedanken arbeiten, dass die Person, auf die Sie wütend sind, genau wie sie selbst glücklich und frei von Leiden sein möchte. Wie ließe es sich unter diesen Bedingungen rechtfertigen, die entsprechende Person zu verletzen? Sie können sich Folgendes sagen. Ich halte mich selbst für einen Buddhisten. Beim Aufwachen am Morgen beginne ich unmittelbar damit, für die Zufluchtnahme und die Entwicklung eines erwachten Geistes zu beten. Alle Erfahrungen haben ihren Ursprung im Geist. Ob es sich um positive oder negative Erfahrungen handelt, ist abhängig davon, ob es sich um einen transformierten Geist handelt oder nicht. Aus diesem Grund ist es von äußerster Wichtigkeit, den Geist zu kontrollieren und zu disziplinieren. Alle unsere Ängste und das grenzenlose Leiden, dem wir uns gegenüber sehen und das wir erleiden müssen, werden durch unseren Geist verursacht. Der Buddha sprach davon, dass es keinen mächtigeren Feind als den Geist gäbe. In allen Bereichen der Existenz gäbe es nichts Schrecklicheres, nichts, dass man mehr fürchten müsse als den Geist. Ebenso sprach er davon, dass ein gezähmter Geist alles Gute hervorbringe. Die Quelle und Ursache von Frieden und Glück ist der Geist. Glück entsteht durch tugendhaftes Handeln, Leiden entsteht durch schlechte Taten. Demnach hängen Glück und Leiden davon ab, ob ihr Geist transformiert ist oder nicht, oder, kurz gesagt, je besser sie ihren Geist zähmen und disziplinieren, desto glücklicher und entspannter werden sie sein. Wenn im Geist Ordnung und Ausgeglichenheit herrschen, werden sie sich nicht bedroht oder unglücklich fühlen, selbst wenn es den Anschein hat, das gesamte Universum habe sich gegen sie verschworen und stehe ihnen feindlich gegenüber. Auf der anderen Seite werden sie die herrlichsten Speisen, die ihnen vorgesetzt werden, nicht genießen können, wenn sie innerlich verstört sind und in ihrem Inneren Krieg herrscht. Sie mögen vielleicht angenehme Dinge hören, aber sie werden ihnen keine Freude bereiten. Daher werden sie Glück oder Leid erfahren, je nachdem, ob ihr Geist gezähmt ist oder nicht. Wenn sie ihren Geist schützen wollen, müssen sie sich darum bemühen, ihre Achtsamkeit zu erhalten. Wenn sie nicht aufmerksam sind und ihre Achtsamkeit nachlässt, geht sein in der Vergangenheit erworbener Wert verloren, so als ob Diebe sie bestohlen hätten. Infolgedessen werden sie in einen ungünstigen Daseinszustand zurückfallen. Störende Emotionen sind mit Räubern und Dieben vergleichbar. Sie sind stets wachsam und suchen eine passende Gelegenheit. Sobald sie sich ergibt, greifen sie zu und berauben sie ihrer Tugend. Sie stehlen ihnen ihr Lebensglück. Lassen sie darum nicht zu, dass ihre Achtsamkeit schwächer wird. Wenn sie dennoch bei einer Gelegenheit schwindet, stellen sie sie wieder her, indem sie sich das endlose Leiden im Daseinskreislauf vergegenwärtigen. Wie können wir unsere Achtsamkeit und Aufmerksamkeit bewahren? Indem wir in Verbindung mit spirituellen Lehrern stehen, den Lehren und Unterweisungen zuhören, die Praxis kennen und wissen, welche Verhaltensweisen aufgegeben werden sollten. Je mehr Achtung sie vor den Lehren haben, desto aufmerksamer werden sie sein. Wenn sie mit guten Freunden zusammen sind, bleiben sie ganz natürlich aufmerksam. Indem sie die Lehren hören und dem Beispiel guter Freunde folgen, können sie herausfinden, welches Verhalten sie aufgeben und welches sie annehmen bzw. verstärken sollten. Denken sie über die Erläuterungen in Bezug auf die Unbeständigkeit und das Leiden im Daseinskreislauf nach. Dadurch werden sie in ihrem Geist Furcht erzeugen. Mit Hilfe dieser Furcht wird eine erfolgreiche Person schnell achtsam sein. Eine andere Möglichkeit, Achtsamkeit zu kultivieren, besteht darin, sich in Erinnerung zu rufen, dass die Buddhas und Bodhisattvas über einen allwissenden Geist verfügen. Diese wissen fortwährend, was sie tun. Wenn sie sich an deren Gegenwart erinnern, werden sie aufmerksamer sein. Sie werden Scham empfinden, wenn sie etwas Schlechtes getan haben.